Hä? Was ist denn hier los? Ach, ist nur der Neue. Ich wohne seit neuestem in der Psychiatrie. Dort ist ein Psychiater, der hat mir viel verschrieben. Seitdem ist jede weiße Wand wie ein Flachbildfernseher mit dem besten Programm. Den ganzen Tag hab ich mit weißem Azugand, mit ganz viel an Schlaufen zum Spielen dran. Hier gibt's viele Türen, die abgeschlossen sind. Doch dann kann ich mich nicht verlaufen und weiß immer wo ich bin. Schön ist hier in der Klasse, hier gefällt es mir so gut. Es gibt Medikamente, davon krieg ich nicht genug. Endlich bin ich wieder glücklich, mir ist alles scheißegal. Und hab ich dann den Ruhplatz, falls es jemand für mich darf. Es gibt Therapeuten, mit denen red ich den ganzen Tag. Auch über Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Dann werd ich sauer und schlag alles kurz und gleich. Dann kommen Leute, sperren mich wieder ein. Alles in allem ist das hier gutes Hotel. Die Bestie wird gewaschen, das Letzte wird gestellt. Wir holen doch auch mal in der Psychiatrie. Die Menschen, die es in Klasse umzahlen. Du ziehst die Krankenkasse, du nimmst hier in der Klasse. Hier gefällt es mir so gut. Es gibt Medikamente, davon krieg ich nicht genug. Endlich bin ich wieder glücklich, mir ist alles scheißegal. Und hab ich dann den Ruhplatz, falls es jemand für mich darf. Und hab ich dann den Ruhplatz, falls es jemand für mich darf. Da, wo bin ich dann süß. Denn kommt ein Zeitraum پ земler. Ich bin ein Kinder. In ganz Deutschland. Und hab ich dashboard. Und bin ich ein愛 für mich geht. Untertitelung des ZDF, 2020